Hallöchen zurück Leute, hier heute, jetzt gleich, ja, habt ihr schon, also, viele Steine waren, glaube ich, so, hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, naja, machen wir das anders hier, ne, kommt halt mal wieder weg, das kommt auch weg, verlagern wir alles ein bisschen, so, wird halt ein kleines, ja, so ein Bett mit ein paar Regale und die gut ist, ne, so, und hier, ja, was ich mal mache, ist, hier, so, so, das ist doch gut, ich würde mal gerne voller Energie haben, so, danke, fehlt uns schon wieder voll, jetzt, ne, wir brauchen ja so oder so jetzt gerade, hier, so, schlupf, 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 schlup final fantasy 7 8 so ich habe hier ein ich habe heute mein zettel nicht vergessen nein ich habe es aus meinem französischen zeug ausgerobbt ja ja na ja na ja was ich hier war er hat die musik hier bald das ist das nur hier mal gerade so also lasst uns mal gerade nach hause gehen sie doch fängt an schön aus zu sehen und merkt schon wie es aussehen es wird aber nicht allzu klotzig wie es jetzt und schon wird es nach das kommt eigentlich gut das machen unsere kleine schweinis schweini 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 ok genug des guten hier glas nehmen wir mal nett mit stopfen wir noch ein bisschen kohle rein bisschen so dann lasst uns hier hier lasst uns hier mal ein guter noch ein bisschen davon ich lasse die 50 mal hier und wenn man nur sieben mit auch mir so oder so nicht allzu viel weisen dass ich auch mal hier dann sage ich mal lasst uns sind monster hallo was schlaberst du junge scheiße wo sind ihr monster bitteschön kohle das ist praktisch ja dann lasst uns hier mal gerade mal na wisst ihr ja schon worüber ich ja reden wollte weil ich habe darüber letztens mit kumpel geredet na so ihr seht ihr gerade nada ist jeder kennt doch diese wackelköpfe hunde und sich viecher die es gibt na und was was ich mich gefragt habe ist so halt was ist daran so cool ein wackelkopf zu haben halt nicht zu haben sondern in sein auto zu haben das ist doch eigentlich nur das nützt zu gar nichts das sieht jetzt nicht hübsch aus scheiß wetten denn der kleine zombie ist da oben und weiter geht's So, haben wir unser Redstone, unser Leather, Stonehole haben wir auch. Hier mit unten, uh, das ist fein, das ist fein. Danke, danke. Unsere Super Dupi Mini Produktion hier. Ja, naja, um hier so ein bisschen zu boosten, versteht ihr ja schon. Ihr vergebt mir ja, wenn ich das mal mache, ne? So, ich hab extra auf die Neuen gemacht, bei den Großen ist irgendwie ein bisschen Verschwendung. Jetzt haben wir wieder hier, ne, dann können die zwei da wieder Schweine, ne, wieder ihr Ding machen da. Ja, ähm, Stein können wir uns noch nicht mitnehmen, dafür können wir unser Glas mitnehmen. Nein, 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 nein. Heute ist nix da, okay. Da ist der. Und da ist gerade was gewachsen. Da ist der. Unser Creeper. Wie wachst du es, den Schweinis-Gesellschaft zu leisten? Komischer, verrückter Freak, du. Was willst du mit den Schweinis machen, ne? Oh, was suchst du einen Freund? Geh weg, geh weg, stirb. Ja, so, äh, Brot kommt weg, der Weed kommt raus. Hallo, geht doch. So, macht, ähm, na, euer Ding wisst ihr ja schon. Yeah, baby, baby. Komm her, eins, zwei. Guckt mich doch nicht so an, ich muss auch essen. Ah, kein Grund, mich durch die Gegend zu schubsen. Schweine, schubs mich nicht. Schweine, lass mich raus. Böcher, Schweine. Dummer, Schweine, deine Schuld, Schweine. Dummer, Schweine. Ah, sieht unser Haus nicht hässlich aus bis jetzt. Ja, tatsächlich tut es. Hier, unsere Eisenachse ist auch schon bald futsch, ne? Weg, 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 Junge. Hihihi, weg, weg. Ich baue ab. Ich baue ab, hihihi. Ja. Ähm. Was habe ich hier noch als Thema, ne? So, beim Bauen, verzeiht mir mal, wenn ich hier nicht gerade hier so, ne? Also. Ah, ja. Was ich auch sagen wollte, ist, dass ich ja gesehen habe, dass wir ja jetzt drei Subscriber haben, Leute. Und diesen Subscriber, erstens. Vielen Dank. Sehr, echt, sehr vielen Dank. Und zu allen meinen, äh, zu all den Leuten, die da bei mir in der Freundeliste sind, mit euch würde ich auch danken. Von ganzem Herzen. Denn ihr hilft, meinen Channel größer zu werden. Und wirklich, das finde ich cool, Leute. Vielen Dank. Und dies ist auch alles für unsere Folge. Ich sag, wir gucken unser Haus an. Und sagen, bis zum nächsten. Tschüss.